guten morgen meine freunde was geht ab euch es ist jetzt hier 6.30 Uhr und wir machen heute eine Walhai Tour richtig cool darauf warten wir jetzt schon eigentlich von Anfang an wollten wir diese Tour machen fahren raus aufs Meer und springen ins Wasser mit diesen riesen Fischen wird bestimmt sehr geil und genau ich werde jetzt mal die Kids wecken oder meine Tochter mein Sohn wird schon wach geworden hmm hmm Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.